In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Guan Yu Zhu wird 2022 Stammfahrer bei Alfa Romeo, Nicky Lolli testet für Aston Martin beim Young Driver Test, Mercedes beantragt Neuuntersuchung gegen Verstappen, Daniel Ricardos Auswahl in Brasilien erklärt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Lange Zeit war es ein Gerücht, seit gestern ist es offiziell. Guan Yu Zhu wechselt 2022 zu Alfa Romeo und ersetzt dort Antonio Giovinazzi. Er wird damit der erste chinesische Stammfahrer in der Geschichte der Formel 1. Interessant ist aber auch die Vertragslänge, die der Chinese bekommt. Wir reden hier nicht von einem Jahr, sondern gleich von einem Drei-Jahres-Vertrag mit einer Leistungsklausel. Diese Info habe ich vom spanischen Reporter Sergio Rodriguez bekommen. Orlin und Kubica werden wohl im Team bleiben und Zhu wird sich von der Alpine Academy trennen. Letzte Woche hat ein chinesischer Autohändler bereits auf Twitter verkündet, dass der Deal zustande gekommen sei. Wohin der Italiener geht, ist seit gestern auch klar. Er fährt ab der kommenden Saison für Dragon Penske in der Formel E. Schreibt mir mal eure Meinung zu Zhu und Alfa Romeo für 2022 in die Kommentare. Da Aston Martin keinen Nachwuchsfahrer hat, setzten sie auf den 30-jährigen Briten Nicky Lolli. Er ist seit Jahren Simulatorfahrer für das Team aus Silverstone. Man hätte eventuell Nick de Vries einsetzen können, doch die Wahrscheinlichkeit, dass er für Mercedes testen darf, ist hoch. Lolli fährt seit fünf Jahren mit BMW in der Nürburgring Langstreckenserie und in der ADC GT Masters. Getestet hat er für das Formel 1 Team bereits. Vor sechs Jahren war er einen Tag für Forst India in Barcelona unterwegs und vor zwei Jahren zwei Tage im Racing Point, ebenfalls auf der spanischen Rennstrecke. Der Abschusstest ist mehr als eine Belohnung für die Simulatorarbeit. Er soll auch die Verbindung der Eindrücke aus dem Simulator mit einem echten Formel-1-Auto verbessern und darf den AMR 21 fahren. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Mercedes hat im Social-Media-Bereich ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, dass sie eine neue Untersuchung gegen Max Verstappen für das Duell gegen Louis Hamilton in der 48. Runde des Sao Paulo Grand Prix beantragen. Sie haben neue Beweise, die die Stuarts zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung nicht hatten. Diese Beweise sind Onboard-Videos des Niederländers, die Mercedes rund um Toto Wolf zur Verfügung stehen. Wenn es eine Strafe geben sollte, würde Verstappen nur als Dritter gewertet werden, denn Bottas war nur drei Sekunden hinter ihm im Ziel. Auch eine Startplatzstrafe für einen der kommenden Grand Prix ist möglich. So eine neue Untersuchung ist erlaubt, wenn das Team neue relevante Beweise hat. Die Vier hatte zum Zeitpunkt der besagten Szene keinen Zugriff auf Verstappens Onboard-Kamera. Rennleiter Michael Macy ist durchaus davon überzeugt, dass sie neue Beweise liefern können. Carlos Sainz meint, wenn man dort Kieswirt installiert hätte, gäbe es jetzt keine weiteren Verhandlungen. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Wird Verstappen nachträglich bestraft? Daniel Ricardos Rennen in Brasilien lief eigentlich nach Planen, denn er war auf Punktekurs. In der 49. Runde des Sao Paulo Grand Prix musste der Australier den MCL 35M in der Box abstellen. Der Grund für den Auswahl? Leistungsverlust. Genauer gesagt war es ein Riss im Chassis im Bereich, wo die Power Unit installiert ist. Sie hatten gute Chancen, Punkte zu holen, doch am Ende war es nur ein einziger. Mittlerweile hat Ferrari einen Vorsprung in der KWM von 31,5 Punkten. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Viertelfansepp und er schreibt, Wir haben so viele gute Talente in der Formel 1 als Ersatzfahrer, da ist das mit den Trainingszeiten eine super Idee. Allerdings glaube ich, dass man da stärker vorgehen sollte, mit mindestens dreimal guckt jeder Fahrer zu. Das wären dann sechs Trainingsfahrten für einen Nachwuchsfahrer pro Team. Das wäre zwar gut für ihn, aber weniger gut für die Stammfahrer. Allerdings haben wir nächstes Jahr 23 Rennen. Ein Kompromiss meinerseits wären vier Fahrten für den Rookie. Schaltet am Samstag um 18 Uhr gerne wieder ein, denn dann wartet ein Spezialvideo in F121 auf euch. Ich musste mit dem Video lange warten, bis die Saudi-Arabische Strecke freigeschaltet wurde, doch dann kann ich es endlich veröffentlichen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Video!